Ein Eimer Erbsen mittelfein steht mahnend auf der Autobahn. Woran gemahnt er? Wovor warnt er vor dem Atomtod? Ach so! Ein Stapel alter Kinderschuh liegt mahnend auf dem Flugplatz. Woran gemahnt er? Wovor warnt er vor dem Atomtod? Ach ja, freilich! Wovor warnt er vor dem Atomtod? 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 Wovor warnt er? Vor dem Atomtod. Ach ja, natürlich. Wovor warnt er?